Jetzt haben wir schon unser letztes Stück. Und zwar, wir machen das normalerweise nicht, aber diesmal wollen wir den Song einem Menschen widmen, mit dem wir zu tun hatten, nämlich der Sängerin von Division Kent, Andrea. Die ist am 23. Mai diesen Jahres an einer schweren Krankheit bestorben. Und da wir, beziehungsweise speziell ich, auf deren letztem Album ein Song mitgesungen habe und wir mit Division Kent viele Konzerte zusammengespielt haben, widmen wir dieses letzte Stück, Andrea, wenn du gehst. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Zeit ist vorbei. Wir sind die Töchter für uns. Musik 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 ZANG EN MUZIEK